So, willkommen zurück zu einer neuen Folge, äh, The Ridness. Ich weiß immer noch nicht, wie das hier am besten zu regeln ist. Man sieht halt einfach wirklich nichts. Oh, was ist das? Ah, oh lol! Alles klar! Äh, irgendwie so, ja, äh, äh, okay. Ja, hier kommen wir hoch. Und weiter. Hier gibt's keine Hinweise. Hallo? Das ist jetzt ein bisschen fies. Was? Ah, doch! Nein, nein! Was mach ich denn? Ah! Ah! Ah, okay, das geht so schräg durch. Aha! Und du gehst so schräg runter. Hä? Ne, stopp! Ne, stopp! Ne, stopp! Da ist noch was. Einmal hoch und dann schräg runter. Also so. Wow! Nice! Okay. Da fängst du an. Einmal so rum. sehr schön. Sehr schön. Äh, ja. Dreh dich, dreh dich, dreh dich. Das kann jetzt dauern. Das kann jetzt dauern. Da unten sehen wir schon mal was. Das kann dauern. Nein. Aber sonst sehe ich nichts. kann jetzt. Ich bin vielleicht. So. So. Weißt du irgendwann auch mal stehen. Was? So. Wir haben gesehen. Ganz unten in der Ecke war jetzt Licht. So. 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 Von hier aus sieht man nichts. Muss man das vielleicht machen, wenn sich das gerade dreht? Das wäre natürlich ein bisschen kacke. Nein! Schnell, 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 schnell! Scheint keine Sonne drauf zu scheinen. Doch, da! Da stand nach oben und runter zu. Da nach oben und runter zu. Ähm... Und was ist jetzt angegangen? Ach, das hier! Okay, da sieht man ein bisschen was. Drehen kann man die aber leider nicht. Ähm... Ja, gut. Aber hier kann man das Licht einschalten. Ah! 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 Irgendwie so? Nein. Auch nicht. Das ist gar nicht so einfach. Ach. Ah. Okay. Okay. Das sieht... Und jetzt einmal das Licht anmachen. Äh, hallo? Du siehst ja überhaupt nichts. Gibt es hier gar kein richtiges Licht? Wie war das jetzt hier? Ja. Dort die Überecke. Okay. Okay. So. Vielleicht so. Äh, ja. Ja. Das ist gerade Shit hier. Ja. Also dort geht es auf jeden Fall über Egg. Ja. Aber man erkennt auch nichts. Ja. 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 Okay. ääh... Ja. glad Ja. Es gibt halt auch keinen anderen Hinweis, das ist gerade ein bisschen... Also ich kann nur dort oben in der Ecke anfangen. Jetzt ist die Frage, ob das nicht vielleicht sogar so hier ist. Ne, stopp, wir haben das ja gesehen, dass das so geht. Vielleicht so? Man hat auch keine wirklichen Hinweise. Wir machen auch mal das Mittellicht rein. Ah, okay. Also kann das ja eigentlich nur so sein. Yay! Okay, äh... Es geht weiter. Oh, das ist spiegelverkehrt. Alles klar! Mann, das ist ja jetzt so easy, es wird ja unten vorgegeben. So... Ach du Scheiße! Bei dem sieht man einfach mal gar nichts! Ich seh halt überhaupt nichts bei dem da unten. Ah! Okay! So... Äh... So... So... Gut! Jetzt... Dort fangen wir an... Und müssen dann daneben hoch. Mal testen... Na... Also das ist eigentlich eins zu eins das gleiche. Na, nicht ganz. Das ist mal alles. So. So, äh, was ist ein, was ist da hinten, ah, ah, ok, ach, man kann sich ja wieder nicht ducken, kann man das hier irgendwie wegmachen, sonst muss ich mir das jetzt mal auf die schnell aufmalen, äh, gucken ob das reicht, ne, da ist der scheiß Stein im Weg, äh, gut, ganz kurz einen schlauen Zettel nehmen, so, 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 okay, dann versuchen wir unser Glück, allerdings, das ist ja jetzt wieder so ganz komisch hier, ähm, so, so, äh, hallo, äh, ich habe null, planen, was ich hier gerade mache, es ist halt scheiße, dass man das da unten nicht so richtig sieht, gibt es nicht irgendeinen Weg, wie man das trotzdem noch sieht, so, hier, äh, da, so, 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 okay, das malen wir uns auch mal ganz kurz auf, so, 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 ähm, das ist immer falsch, so, 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 so und zwar dort so das haben wir dann einmal so 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 und da yes so was ist jetzt aufgegangen hallo es geht doch jetzt nach oben ach hier so aber was sich dort dahinter verbirgt das sehen wir in der nächsten Folge bis dahin, bleibt entspannt den nächsten Tag und bye bye